Das Kloster Näheresheim bekommt wieder keinen Abt, sondern weiterhin einen oberen zum 45. Klostervorsteher wurde erneut der bisherige Prior-Administrator Albert Knebel gewählt. Eine zwei Drittel Mehrheit ist mindestens erforderlich, um Oberer in einem Kloster zu werden. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gerehrt. Ich, dass wir nicht diesem Geist erkennen, was recht ist. Abt Preises Dr. Albert Schmidt aus der Benediktinerabtei Beuron und Abt Laurentius Schlieker fungierten bei der geheimen Wahl als Wahlleiter. Als Konventualprior leitet Albert Knebel den auf acht Mönche altersbedingt geschrumpften Konvent in der Benediktinerabtei Näheresheim. Erziehe des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes. Erziehe des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes.